Matthias Heben finde ich fähig wie die Geschichte von Barabbas. Er hat uns wenig beschrieben von ihm, ob er so viel wird, wie wir in Marder, von ihm die Feindnis und die Plumpen haben wir, wie er so gekriegt wird. Ich denke, es war mir interessant, das wahnsinnige Geschichte. Die Geschichte stört mich persönlich fähig. Ob er so kranken darf, wie er sich tätig war und aus dem, dass er sich tätig war. Er stört mich fähig. Über Barabbas, wer auch in seinem Stube gesätten im Gefängnis, wird die Soldaten da nahe kommen. Er hat so kranken können. Er hat so kranken und nur in den großen Schlittel in seiner Dähe ihre Klink nahe gestellt. Man sollte den Dähe auch merken, nehmen Sie die Doof, und jeder sieht vor, in der Läden am Röth. Ich würde sagen, wir haben das auch in der Höhle, wird an dem Haus nicht mehr verankert. Doch willst du es bieten, wie im Gefängnis für der sein? Sagen sie, wie bei Frieden wohnen, ein anderer auf ihn plötzlich nur montiert, wie bei Frieden wohnen. Wut man diesen Barabbas, seinen Pfäd, in der Lut vom Ort aufgewohnen, der sei auf dem Götter staubt. Wut die Beziehung der Spanthius-Villatus, die nüchte Entschädung zum Barabbas-Friedwohnen können, und dass Jesus Christus wird, Jesus der Läser für die und für mich. Die Fräule von dir ist, Glauben du in Eichdott, dass Jesus es direkt für dich, direkt für mich, um zu nicht zu sterben, und dass er unsere Sinnen betult hat. Wenn wir von dir sein, dort ein anderer, der auf den Daut um Frieden sind, wo mir trafen wird. Und er wird glücklich, wo wir damit haben. Er wird levy, selbst wenn er unsere Lösung kann. Richtig, das ist die Kommende. Und er wird glücklich, wo wir das ihm erstellen. Als er dasいる, wer den Jäser standen und die Schöne standen wird. Und er wird glücklich, wo er die Angst berechtigt. Und er ist glücklich, wo er der Er wealthig ist. Ich bin ein Mensch. Wer ist die Angst, wo er decreste Er, was du, wo er daran setzt. Und er ist glücklich, warum er sie an der Er ist. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein Mensch. Vielen Dank.